Hallo, ich bin Felix Ehlis, bin 18 Jahre alt, komme aus Berlin. Meine Hobbys sind Essen, Trinken, Schlafen, Partys, Schule, Freundin und natürlich Musik. Seit 13 Jahren spiele ich Gitarre. Ich habe angefangen mit einer klassischen Ausbildung und irgendwann habe ich angefangen, mir selber Liedbegleitung beizubringen und Akkorde. Mittlerweile mache ich das auch in meinem Gitarreunterricht. Musik ist für mich eigentlich alles so. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht an meiner Gitarre oder bei meinem Klavier sitze so eine halbe Stunde und mal bin ich Rumklimper. Ich hoffe, euch gefällt mein Cover von Milky Chan's Doll'n' Dance. Musik 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 I want you by my side So that I never feel alone again They've always been so kind But now they've brought you away from here I hope they didn't get your mind Your heart is too strong anyway We need to flash back the time That you've stolen from us And I want you We could bring it on the floor You never danced like this before We don't talk about it Dancing on the boogie all night long Stone in paradise We don't talk about it And I want you We could bring it on the floor You've never danced like this before We don't talk about it Dancing on the boogie all night long Stone in paradise We don't talk about it We don't talk about it Hallo, mein Name ist Lucas Balz Ich bin 20 Jahre alt Die Zeit vergeht Doch ich weiß nicht, wohin sie geht Die Jahre vergehen Und warten, bis wir erwachsen sind Haben so viel Zeit In diese Jahre investiert Freunde vernachlässigt Und uns drauf spezialisiert Doch diese Zeit Ich gebe es nun gern zu Hat mir viel Spaß gemacht Hat mir viel Spaß gebracht Doch diese Zeit ist aus Wir können uns von hier verziehen Doch eines Tages Werden wir uns wiedersehen Es muss so sein Wir werden uns sehr vermissen Jetzt wird es Zeit Lasst uns von hier verpissen So, da bin ich wieder im Musiksessel Direkt vor meinem Schreibtisch Hier findet eigentlich immer alles statt Was ich über YouTube poste, mache, Musikspiele neu ausprobiere Ich bin Alex 25 Jahre Ich gehe stark auf die 30 zu Ich komme aus Bad Oldesloh Das liegt so zwischen Hamburg und Lübeck Also direkt in den Ja und hobbymäßig halt Meine Klanke Mikrofon Musik Schreiben Covern Und das mache ich, weil Es mir einfach Spaß bringt Manchen Leuten gefällt es auch das, was man macht Nicht allen, klar Ich würde mir auch nie eine Heavy Metal Bad anhören Ich würde auch nicht sagen, ihr könnt es nicht Aber es ist halt nicht meins Ja, was mache ich für Musik Ruhigere Musik Musik zum Nachdenken Deutsch Wenn es um die eigene geht Covern eigentlich Alles, was mir irgendwie gefällt Was man so im Radio gehört hat Heute Mache ich auch was Eigenes Und zwar Ich will bei dir sein Heißt das gute Lied Und ich denke, das passt ganz gut zu Die Sonne scheint schon wieder Zum Frühling Und Glücksgefühl Man sieht eine Frau Oder Eine Frau sieht man Verlieben sich Ich denke, das ist so Ja, die Intention Dahinter Also Ich hoffe, es gefällt euch Es sind Geschichten Die das Leben schreibt Ob schrecklich oder sinnlich gleich Die ersten Tage neu und doch wunderbar Gefolgt von einem Lächeln Und mir war klar Natürlichkeit gefolgt von fast wahrer Schönheit Kein Märchen Kein Hollywood-Streifen Keine Fassaden Ich bin dabei Ich bin dabei, es zu begreifen Ich will bei dir sein Wenn du lachst Ich will bei dir sein Auch wenn du weinst Ich will bei dir sein Wenn ich richtig bin Ich will bei dir sein Auch wenn ich fehler Oh, 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 yeah Hi Leute, ich bin Michelle Ich bin 16 Jahre alt Und das ist 19 You and Me von Dan and Shay Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017